Die Wolken sind schon mal da. Aber leider hat Frau Holle keine Lust, ihre Betten auszuschütteln. So müssen wir auf den nächsten Schnee wohl noch etwas warten. Der Donnerstag beginnt leicht bewölkt bei Frühtemperaturen von 3 Grad. Im Laufe des Tages zieht sich der Himmel weiter zu, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte betragen 7 Grad. Auch nachts hält die Bewölkung an, das Thermometer sinkt auf 5 Grad ab. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder etwas an. Am Freitag und Samstag liegen die Tageshöchstwerte bei dichter Bewölkung um die 10 Grad. Am 4. Adventssonntag kühlt es sich wieder etwas ab auf 8 Grad Tageshöchsttemperatur. Es kann tagsüber leichten Regen geben.